Achtung, andere Länder, andere Sitten. In Bulgarien heißt es mit dem Kopf zu nicken, nein und zu schütteln, ja. Möchten Sie eine Backpfeife? Im Iran bedeutet der Daumen hoch, so etwas wie hierzulande der Mittelfinger. In Indien gilt es als höflich, etwas mit der rechten Hand zu geben, da man sich mit der linken Hand den Hintern abwischt. Und in Japan ist es respektvoll, Gegenstände mit beiden Händen zu reichen.